Uni Auditorium. Das Wissen dieser Welt aus den Hörsälen der Universitäten. Professor Ernst-Peter Fischer. Wissenschaftstheorie. Wolfgang Pauli. Ein Porträt. Es geht mir um die ganzheitlichen Beziehungen zwischen Innen und Außen, welche die heutige Naturwissenschaft nicht enthält. Die aber die Alchemie vorausgeahnt hat und die sich auch in meiner Traumsymbolik nachweisen lässt. Ich bin an die Grenze des heute Erkennbaren gekommen und habe mich sogar der Magie genähert. Dabei bin ich mir darüber klar, dass hier die drohende Gefahr eines Rückfalls in primitivsten Aberglauben besteht. Und dass alles darauf ankommt, die positiven Resultate und Werte der Ratio dabei festzuhalten. Dieser Satz stammt von Wolfgang Pauli, der von 1900 bis 1958 gelebt hat, 1954 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden ist und meiner Ansicht nach einer der größten Denker des 20. Jahrhunderts war, ohne dass irgendjemand außerhalb der Fachkollegen von ihm Kenntnis genommen hat. Wolfgang Pauli ist ein ungeheuer tiefer Denker, ein gefährlicher Denker, bei dem man unentwicht, also so gewissermaßen sein Leben einsetzen muss, wenn man seinen Gedanken nachvollzieht. Er selbst hat das auch getan. Sie ahnen schon von den kleinen Worten, die er benutzt, Ganzheitlichkeit, innen, außen, Taubensymbolik, Alchemie, Magie, wie ungeheuer weit sich sein Denken spannt. Und das ist eins der großen Rätsel, dass man so wenig von Pauli weiß. Und ich habe das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass es Mut braucht, sich auf Pauli einzulassen. Und ich möchte Sie dazu einladen, das zu tun. Pauli hat uns sehr viel zu sagen. Pauli hat aber auch ein schwieriges Leben geführt, das sich nachzuvollziehen lohnt. Er hat sehr viele Briefe mit dem Psychologen Karl Gustav Jung gewechselt, die über Traumsymbolik handeln. Überhaupt, er war bei Karl Gustav Jung in Behandlung und inzwischen weiß man, dass die ganze Traumdeutung von Jung auf Träumen von Pauli beruht. Etwas einseitig, wenn man so will, denn es sind die Träume eines Genies, die Träume einer Person, die mit diesem unbewussten Regen etwas von dem Weltbild der Physik seiner Zeit verstehen wollte. Pauli hat auch das versucht auszunutzen. Er hat sich auf Psychologisches eingelassen, auf Physikalisches eingelassen. Er hat versucht, Kollektives deiner Zeit zu verstehen, also das, was die Philosophen den Zeitgästen nennen. Wie kann man das erfassen? Er hat sich gefragt, wieso die Atomphysik genau ausgerechnet zum Beginn des 20. Jahrhunderts möglich wird. Was das bedeutet, was es bedeutet, dass dabei auch Atomenergie freigesetzt wird. Pauli hat auch gefragt, ob wir in der westlichen Wissenschaft etwas falsch machen, indem wir uns nur auf die kühle Ratio einlassen, dass wir nicht versuchen, unsere Gefühle einzusetzen. Also bei Pauli ist eine ungeheure Menge zu erkundigen. Er ist in Wien geboren, 1900, 1958 in Zürich gestorben, hat die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz verbracht. Er hat ihn studiert in München und ein paar Assistentenjahre in Hamburg, auf die wir noch eingehen wollen. Aber er war durchweg Europäer, Abendländer, wie er das ausgedrückt hat. Und nur kurze Zeit hat er in den USA verbracht, und zwar die Zeit des Zweiten Weltkrieges, weil er einer der ganz wenigen Physiker war, die gar nichts mit der Entwicklung der Atombombe zu tun haben wollten, weil er das als die dunkle Seite der Wissenschaft verstanden hat, psychologisch gesehen. Ende 1945 war er dann noch in den USA, genauer gesagt in Princeton. Und das ist das Institut, an dem damals auch Albert Einstein war. Und Pauli war genau an dem Institut, als mitgeteilt wurde, dass er den Nobelpreis für dieses Jahr für Physik bekommen würde. Damals feierte man dann in Princeton und bei dieser Gelegenheit passierte etwas Besonderes. Das berühmteste Mitglied des Instituts, Albert Einstein, war zugegen. Und Einstein ist aufgestanden und hat eine spontane Tischrede gehalten. Das hat er nie davor getan und nie danach wieder getan. Aber dieses eine Mal für Pauli. Und Einstein wollte sagen, dass Wolfgang Pauli sein geistiger Sohn ist. Dass eigentlich Pauli derjenige ist, der die Physik am besten versteht, der am besten versteht, in welche Richtung Einstein denkt. Und Einstein hoffte sogar, dass Pauli eventuell sein Nachfolger am berühmten Institut für Advanced Studies in Princeton werden würde. Die Personen, die damals dabei waren, alle arm haben, alle applaudiert, haben alle gehofft, dass Pauli das warm machen würde. Aber Wolfgang Pauli ist zurückgegangen nach Zürich, weil er sich in der Schweiz wohlfühlte, weil er sich in Europa wohlfühlte. Er war Europäer, er wollte wieder dahin. Diese kurzen Skizzen weisen eben darauf hin, dass es ein Rätsel gibt um Wolfgang Pauli. Das Rätsel kann man simpel so formulieren, als er 100 Jahre alt wurde, nämlich im April des Jahres 2000, gab es keine Biografie über ihn. Warum ist einer der größten Denker, der von den Fachkollegen nur in einem Atemzug mit Isaac Newton und Albert Einstein genannt wird, so unbekannt. Und ich glaube, es ist ihm das so unbekannt, weil er etwas unheimlich ist. Er ist unheimlich in seiner mathematischen Durchdringung der physikalischen Wissenschaften, aber das ist sozusagen nur die Tagseite, die bei Pauli eine Rolle spielt. Er ist vor allen Dingen unheimlich, weil er sich auf die Nachtseite, auf das Empfindsame, auf das Gefühl eingelassen hat, weil er versucht, das Unbewusste, das bei jedem Physiker eine Rolle spielt, mitzubedenken und in seiner Qualität zu verstehen. Sich auf das Unbewusste einlassen, auf das Faszinierende, das aus dieser Welt kommt, heißt ja eventuell auch, die Kontrolle der Rationalität an dieser Stelle zu verlieren. Pauli, wir wissen über diese Nachtseite oder über diese Schattenseite in Paulis Leben aber auch seit ein paar Jahrzehnten. Genauer gesagt etwa seit den 1980er Jahren, als der umfangreiche Briefwechsel von Wolfgang Pauli erdiert wird. Inzwischen sind acht oder neun Bände erschienen mit fast 10.000 Seiten. Also sie können den Rest ihres Lebens damit verbringen, Briefe von Wolfgang Pauli zu lesen. Das wird sich sogar lohnen, denn es ist eine ungeheure Fülle von Wissen, das da verarbeitet wird, über die Physik, über die Philosophie, über die Religion, über die Geistesgeschichte. Pauli ist ein ungeheuer spannender Charakter. Es treffen sich heute noch einige Leute, die versuchen, nur einige seiner Grundgedanken zu verstehen. Und ich möchte mich jetzt langsam diesem Phänomen, diesem großen Denker nähern. Eine seiner Grundeinstellungen besteht darin, dass wir gewissermaßen immer aus zwei Seiten bestehen. Also wir haben die Möglichkeit des bewussten Denkens, des rationalen Umgangs. Wir haben aber auch die Möglichkeit des unbewussten Wissens. Also die Welt besteht aus Irrationalitäten. Und wir haben die Möglichkeit des unbewussten Wissens.